Musik Jetzt leben wir seit 2007 auf Island und da gibt es eben keine toten Hosen. Auf Arbeit läuft immer nur ein und derselbe Radiosender und das ist ziemlich nervig, weil die eine ziemlich kleine Playlist haben. Ich habe meinen Mann eben hier kennengelernt, der war hier als Busfahrer unterwegs. Deutsche und dann haben wir uns halt einfach gefunden und dann hat es uns natürlich immer nach Island gezogen, weil es hat uns halt verbunden miteinander und dann gab es kein Zurück mehr. Es war einfach, es ist einfach anders, es ist ruhiger, die Menschen gehen anders miteinander um. Es ist nicht so ein Druck und Stress wie in Deutschland. Das beeindruckt mich ja jetzt schon mit deinem Kleid. Wieso? Und dann noch, wieso? Wegen Temperaturen, ey. Ist jetzt schon Frühling, ne? Ja. Servus. Ja, okay. Welche Bude sollen wir jetzt hier auseinander nehmen? Wir haben hier unser bestes Essen für euch. Für euch. Okay. Was gibt's denn? Schafskopf? Ja. Nicht schlecht. Und du hättest es auch gerne? Nee. Die haben euch auch so einen geilen Kühen. Hast du gesehen? Ja, ich hab's schon gesehen. Das ist ja ein kleines Kunstwerk. Ja, super. Wir sind ja auch immer zu haben für weiße Flecken auf der Landkarte wegmachen. Und Island fehlt uns auf jeden Fall. Und dazu kam, dass sie auf der Bewerbung ausgesprochen sympathisch rüberkamen. Saas tog oka srotju aora tilas koma til Islands. Ey, hallo. Perfekt. Ja? Das ist total gut. Okay. Nee, wir gehen davon aus, dass hier alles stehen bleibt. Also es hat ja die letzten Erdbeben auch überlebt da. Ob vom Scharf sucht die Hosen, denke ich. So, erstes Mal in Island. Ist noch Platz, glaube ich? Ah ja. Neues Land. Länderpunkt. Ja, weil der Isländer kommt manchmal nicht. Ja. Eins, zwei, drei. Vier. 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 Hey! Los, oder? Ja. Kommt, zwei Minuten noch. In Island zur Diva. Ich glaub's überhaupt nicht. Ist mal ein Snickers. Das ist ja super, wenn dein Fliezen hier zu Fliezen ist. Alle Anlagen machen. Gott, dann schwörst du am Strömeli. Ich brauche noch einen Schlaps. Tino! Schnell, die Tropfen! Ich geh schon mal Richtung Sünder. Nein, man kann ja holen, oder? Es kann nicht mehr holen. Gott, Quält, Wisser und die Toten Hosen, Frau Düsseldorf. Ja. 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 Du bist ja so lange, wenn du den Ball nicht mehr so etwas verliebt haben. Ich geh' ja so lange, wenn du das gleiche, was du mitst. Ja. 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 Musik Ich habe auch den Auftritt gesehen und ich muss sagen, ich bin ein hochmotivierter Band. Stets bemüht. Talentlos, glücklos, aber bemüht. Das war genial. Irre. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und die Hüsten. So, that means Döderbükser in Icelandic. How was it? It was fucking good, man. It was one of the best punk shows I've seen in a long time. Um, 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 um. Um, um. Vielen Dank.